So, okay Freunde, Samoa Joe sieht übrigens richtig gut aus in dem Spiel. Zwar ganz schön dicke, aber doch ordentlich realistisch. Oh, das war's schon! One! Schade. Alter, jetzt bin ich aber auch am Kontern hier. Und Snap-Suplex. Oh, beide! Mit nem Dropkick. Beide die gleiche dumme Idee gehabt. Ach, scheiße. Powerbomb! Alter, die war krass. Aber hier wird gleich wieder gekontert. Und ein Elbow, der dieses Mal auch sitzt. Dieser Elbow hat in 2K18 nie gesessen. Ich wusste gar nicht, was daraus werden soll. Snap-Suplex hier auf von Samoa Joe. Beide natürlich hier zeigend, dass sie gewillt sind, mit dem Titel nach Hause zu gehen. Zack! Och, wieder ein Dropkick ins Leere. Tritt an. Das Bein! Alter! Jonas-Suplex wird auch gekontert. Alter, was ist denn hier los? Ich kann jetzt aber wirklich nicht mehr kontern. Ich kann nicht kontern. Jetzt erst wieder. Oh, und ich renne natürlich komplett in den Vorarm hier. Back-Elbow. Alter! Samoa Joe hat einfach mal schon Signature, Alter. Der dreht die richtig auf. So, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Wow! Alter! Holy Shit! Und Styles kommt angeflogen. Aber Samoa Joe kann ausweichen. Aber jetzt bin ich wieder am Drücker. Side-Rushing-Next-Repeater außerhalb des Rings. Das zwiebelt natürlich nochmal ordentlich. Und Samoa Joe hat keinen Finisher mehr. Habe ich gerade seinen Finisher gekontert? Kann das sein? Oh, 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 oh. Au! Alter! Knee-Breaker. Knee-Buster schon fast. Oh, oh, nein. Nein. Der ist... Das ist immer ein Submission-Machine. Es ist einfach so. Aber jetzt taumelt er rein! Nein, STO! Guck mal, ich hab... Das kann nicht sein, Alter. Ich hab einen orangenen Köpf. Joe macht mich hier komplett fertig. Vielleicht sollte ich den Schwierigkeitsgrad doch wieder runtersitzen. Ist doch nicht wahr, Alter. Samoa Joe. Nein, ey. Scheiße, ich kann... Ich krieg hier gar nichts durch. Und... Nochmal. Ich kann nichts machen. Er kann... Er pinnt mich. Ich mach wieder Widerstand. Was soll ich denn da tun, Alter? Ist doch nicht sein Ernst, ey. Klar, natürlich. Ey, jetzt muss aber mal was kommen. Ey, der kontert alles! Oder auch nicht! Oder auch nicht! Verzweiflung-Styles-Clash! Komm schon! One! Two! Ah! Guck mal, Samoa Joe hat keinen Schaden an seinem Körper. Das muss irgendwie jetzt anders gewertet werden. Ich verstehe das überhaupt nicht. Guck mal, ich bin rot und der hat nix. Nein! Kukina-Clunch! Oh, nee! Das war's! Das war's! Nein! AJ Styles kommt raus! Oh, Leute. Ist doch nicht euer Ernst. Snap-Suplex. Wow, Samoa Joe ist sofort wieder da! Und das ist diese Fähigkeit mit dem Aufspringen. Ey, wieso geht da mein Dropkick nie durch? Das ist doch nicht wahr, Alter. Back-Suplex. Oh, nein! Was will der denn draußen? Nein, nein! Oh, Moonshot natürlich ist leere. Man kennt ihn. Headbutt! Jetzt wird's pervers, Freunde. Und wieder in den Back-Elbow. Oh, wieso könnte der mein Scheiß-Job-Kick immer? Oh, nee. Das kann nicht wahr sein, ey. Oh, 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 oh! Samoa Joe kann nicht mehr? Ich verpiss mich. Tschüss. Mir reicht's. Ich kann nichts machen, Alter. Natürlich! So. Ey, das ist doch nicht wahr, Alter. Chin-Breaker. Das ist doch nicht wahr, Alter. Wow, AJ Styles ist being controlled now. Nobody controls the pace of a match. Oh! Nein, nein, nein. Das bringt mir hier draußen überhaupt nichts. Oder doch? Calf-Crasher! Komm schon. Der Calf-Crasher ist hier am Start. Nein! Oh, das war so knapp. Bringt das überhaupt was? Okay, ich lass jetzt los. Ich hab keine Ahnung. Okay, ich glaube, Samoa Joe kann nicht mehr laufen. Ich glaube, das ist sein absolutes Ende. Und AJ Styles jetzt hier mit dem Baseball-Schläger. Bam! Voll auf die Zwölf. Und hier geht er weiter auf Samoa Joe. Als kennt er hier keine Freunde. Und die hat er ja scheinbar auch nicht mehr. Nein! Nein! Muscle Buster! Fuck! Nicht dein Ernst, Alter. Und er bringt mich wieder rüber. Und... Oh, wieso? Irgendwas stimmt mit diesem Dropkick nicht. Der geht immer daneben. Das kann nicht wahr sein. Das ist... Das habe ich jetzt schon zehnmal versucht, den Menschen. Das ging nie durch. Irgendwas haut mit diesem Move nicht hin. So, rein mit dir. Rein mit dir. Leute. Leute. Ich glaube, ich gewinne das Ding noch. Ich glaube, ich gewinne das noch. Oh. Phenomenal Form! Nein! Geht daneben! Samoa Joe! Nicht dein Ernst. Oh oh. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Das sieht jetzt gar nicht gut aus. Und er pinnt. Er pinnt. Rope Break! Rope Break! Widerstand! Ich habe wieder Widerstand. Und... Comeback! So! Nein! Los! Nein! Oh, was? Guck in der Clutch! Das ist doch nicht wahr, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Nein! Das war's! Das war's! AJ Styles tapped! Und wir haben einen neuen WWE Champion. Ich habe echt kurz gedacht. Ich komme da raus. Das war ja immer so knapp. Oh, fuck, Alter. Scheiße. Wir haben einen neuen WWE Champion. Ich weiß nicht mal, ob es was gebracht hätte, das nach hinten rauszudrehen. Daddy comes home. Auf jeden Fall, Alter. Der neue Papa und unser neuer WWE Champion Samoa Joe. Geiles Match. Aber neuer Champion. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Aber krass auf jeden Fall. Kann man machen. Kann man machen. Kann man machen. Aber W